From Software und Bandai Namco haben den Story-Trailer zu Elden Ring Shadow of the Earth Tree veröffentlicht und er ist megamäßig geil. Ich habe ihn mir schon reingezogen und ich möchte ihn jetzt mit euch nochmal gucken, um so eine kleine Trailer-Analyse mit euch zusammen zu machen. Ein paar Sachen habe ich mir bei Reddit durchgelesen, ein paar Gedanken habe ich mir selbst gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, auf welches Ergebnis wir hier kommen. Ihr lieben Freunde meines Kanals, herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ihr den Trailer ohne meinen Commentary sehen wollt, dann folgt einfach dem Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch nicht spoilern wollt, dann schaut einfach das Video nicht. Ich würde sagen, wir schauen erstmal den Trailer und danach quatschen wir drüber. Also ganz kurz, wir gucken mit deutschen Untertiteln. Das habe ich jetzt so eingestellt. Wer wirklich eine cineastische Trailer-Präsentation haben will, schaut euch einfach den Trailer an. Ich bin sehr, 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 sehr. Ich bin sehr, 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 sehr. An affair, von der Gold aufgerbekommen war. Und so, zu, war Shadow, бор names. Also, was Shadow, war carta. Und so, war Shadow, born. Das kann niemals aufzunehmen werden. Ein Purge ohne Ehre oder Ehre. Die Tyranie der Mesmusflame. Die Tyranie der Mäcke warst. Die Tyranie der Mäcke warst. Die Tyranien der Mäcke warst. Die Tyranien der Mäcke warst. Die Tyranien der Mäcke warst. Und so, dass Mikula alles verletzt würde. Die Tyranien der Mäcke warst. Die Tyranien der Mäcke warst. Die Tyranien der Mäcke warst. Auch seine Traunien. Das war Verste. Aber wir sind nicht hier. Wir wählen uns zu. So, das war's. Das war der Trailer. Da passiert jetzt auch nicht mehr viel. Ich glaube, jetzt wird noch das Datum eingeblendet. Und 21.06. ist der Release. Und das war's. Ja, megamäßig episch. Also, wie immer From Software, wer erwartet hätte, dass hier Fragen beantwortet werden? Natürlich nicht. Es werden mehr Fragen gestellt als beantwortet. Aber wir können über ein paar Dinge quatschen. Ich habe bewusst erstmal den Trailer durchlaufen lassen, damit wir ihn am Stück sehen, bevor ich jetzt wirklich alle drei Frames dann Pause drücke. Wir gehen jetzt ganz zurück zum Anfang und wir fangen damit an. Mit dem ersten Name-Drop, nämlich Mikaela der Gütige. Wurde er jemals im Hauptspiel der Gütige genannt? Ich wüsste es nicht. Auf jeden Fall auch ein gewisses Framing, also dass Mikaela ein guter Charakter ist. Ich meine, ja, so kommt er auch im Hauptspiel rüber. Die wenigen Sachen, die wir über ihn erfahren, die wirken auf jeden Fall nicht so, als ob er ein böser Typ wäre. Aber der Gütige könnte natürlich ein kleiner Trick sein, dass wir denken, ha, Mikaela, das ist natürlich der Gute und am Ende stellt sich vielleicht das Gegenteil heraus. Aber ja, Name-Dropping, Mikaela, der Gütige sprach vom Anfang. Anfang ist ja immer der Beginn von etwas. Vielleicht der Beginn der Zeitrechnung in der Welt von Elden Ring oder zumindest der Beginn von dem, was wir dann in Elden Ring erlebt haben. Genau, das Nächste, was wir sehen, ist genau das hier. Da wird was herausgezogen. Goldene Haare. Goldene Haare hat Mikaela und die Haare werden hier herausgezogen. Das könnte so eine Art Kaiserschnitt, dass da ein Bauch aufgeschnitten ist und dann werden die Haare da rausgezogen. Wobei, es könnte auch Mikaelas Ei sein, das in so einer Decke eingewickelt ist. Auf jeden Fall werden da Haare rausgezogen, wie als würde man sie von einem Kopf abziehen. Aber sie lassen sich sehr, sehr leicht abziehen. Also ja, das könnte natürlich Mikaela sein, der in seinem Kokon ist und das soll der Kokon sein. Der sah jetzt ein bisschen anders aus im Hauptspiel, aber wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall Haare. Und ganz viel Blut. Und was ist, wenn wir am Blut denken? Dann denken wir natürlich an Moog. Und wer ist super wichtig in der Geschichte von Mikaela? Moog, denn der hat ja den Kokon von Mikaela geklaut am Halligbaum und hat den zur Moog-Dynastie gebracht, wo er ihn ja dann für das Ritual verwendet. Genau, jetzt werden hier so diese grotesken, blutigen Stufen heraufgestiegen, wo so ganz viel Gewebe zu sehen ist. Und dann sehen wir vor allem das. Also diese Geste, die Haare werden nach oben gehalten wie so ein Runenbogen. So ein bisschen. Und diese Person hier, ich habe mal ein bisschen vorgespult, damit man es besser erkennt. Zum einen die langen, blonden Haare, dann die Ringe um die Handgelenke und den Oberarm. Das ist Mikaela. Ich blende euch nochmal ein Bild von ihr ein. Das ist Mikaela. Und wenn wir ein bisschen zurückspulen, dann sehen wir auch, dass es Mikaela war, die die goldenen Haare oder die blonden Haare hier rausgezogen hat und sie jetzt hier hochhält wie einen Runenbogen. Und damit anscheinend eine Art Portal öffnet. Denn wenn wir uns dieses Bild mal genauer ansehen, hier stecken so viele Details drin, dann sehen wir zum einen hier so eine groteske Horrorwelt mit überall Blut und Kadavern. Der Himmel ist düster. Und dann sehen wir da in der Mitte dieses Portal, dieses Tor, das führt in so eine andere Welt. Da ist der Himmel sehr hell, fast schon golden. Es wirkt alles deutlich wärmer, während hier alles so grotesk ist. Und wenn wir mal ein bisschen vorspulen... Genau. Und so wurde auch der Schatten geboren. Dann wirkt das wie so eine Upside-Down-Welt, wie wir es aus Stranger Things kennen. Also wir sehen auf der einen Seite die Zwischenlande, wie wir sie kennen. Und dann sehen wir hier die Schattenlande. Und das sieht auch so ein bisschen aus wie die Wurzeln vom Erdenbaum, also vom Earth Tree. Denn wie wir ja wissen, die Wurzeln des Earth Tree, die werden ja von Kadavern genährt. Das haben wir ja in den Dungeons dann herausgefunden. Und wir wissen ja, der DLC spielt in der Schattenwelt, Schattenlande, also Land of Shadow auf Englisch. Ich hab jetzt nicht geguckt, wie das auf Deutsch heißt. Und jetzt sehen wir hier Marika. Sie steht im Schatten, also auf dieser grotesken Seite. Und hat vielleicht diesen Durchgang geöffnet in die Zwischenlande. Was natürlich sofort auffällt, dieser Durchgang sieht so ein bisschen aus wie der Weg in den Earth Tree, wenn wir gegen Radagon und die Eldenbestie kämpfen. Und Marika steht auf der Seite der Schattenwelt. Also sie steht auf der Schattenseite und hat diesen Durchgang vielleicht geöffnet mit diesen goldenen Haaren von Mikaela. Das ist die ganz große Frage, die sich bei diesem Bild stellt. Auf jeden Fall super viele Details. Also ich glaube, dass das im Hintergrund, das wird der Earth Tree sein. Aber zumindest eine andere Version davon. Also nicht diese goldene Version, die wir aus den Zwischenlanden kennen. Und überall Kadaver, überall Blut. Und das erinnert natürlich auch ganz krass an Moog, beziehungsweise die Entität, von der Moog beeinflusst ist, nämlich die formlose Mutter. Und die wiederum hat ja eine Verbindung zum Blutstern, zum Blood Star. Was eine Entität ist, so eine kosmische Entität, mindestens so stark wie der Greater Will. Also die Entität, die wiederum Marika beeinflusst hat, die goldene Ordnung als Weltordnung in der Welt von Elden Ring durchzusetzen. Die Golden Order ist ja quasi der Wille des Greater Will in der Welt von Elden Ring. Ist ein bisschen komplex, muss man wirklich sagen, diese Bezeichnungen. Aber gegenüber dem Greater Will würde der Blutstern als eine ähnlich mächtig kosmische Entität stehen. Und zum Blutstern gehört dann auch die formlose Mutter, die wiederum im Bunde mit Moog ist. Also Moog betet sie an als seine Göttin. Und ja, ganz viel Blut ist ja eben auch bei Moog das Thema. Plus ja auch, wenn wir Mikaela bei Moog treffen, dann kommt ja ganz viel Blut aus seinem Kokon heraus. Und Moog braucht den Mikaela für sein Ritual, was ja dann schiefgelaufen ist. Und auch das Ritual hat ganz viel mit Blut zu tun. Deswegen, da haben wir auch was anderes Spannendes. Denn wenn wir uns mal ein bisschen weiter durch das Video bewegen, genau. Es folgte ein beispielloser Krieg, das ist wichtig. Und der nächste Satz, der dazu gesagt wird. Ein Krieg, der niemals besungen wurde. Mit besungen ist ja oft gemeint, dass auch darüber geredet wird, dass Lieder und Geschichten dazu geschrieben werden. Und dieser Krieg, der da stattgefunden hat, im Land of Shadow, im Schattenland, sage ich jetzt mal, der konnte niemals besungen werden, bedeutet ein Krieg, der so schrecklich war, oder gegen etwas so Schreckliches gerichtet war, dass man nie wieder darüber sprechen wollte, dass man alle Erinnerungen daran vergessen wollte. So schlimm war dieser Krieg. Und hier sehen wir auch Mesmer, der Coverstar des DLC. Über den gibt es ja schon ganz viele Theorien und der wird auch ganz oft gezeigt. Und er führt hier eine Säuberung durch. Sprich, er möchte diese Welt von irgendetwas bereinigen und er reinigt mit Feuer. Ob es sich jetzt hierbei um Leyendel handelt, ist meiner Meinung nach nicht ganz klar. Also ich erkenne hier zumindest gerade noch kein Gebäude wieder, bei dem ich sage, das muss Leyendel sein. Das könnte aber auch das Gebiet sein, das wir als Gelmir kennen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das dürft ihr aber gerne mit in die Kommentare schreiben, wenn ihr da andere Erkenntnisse habt. Genau, die Tyrannei von Mesmers Feuer. Also Mesmer auch die zweite Person, die hier namentlich genannt wird. Wir haben Mikaela und wir haben Mesmer. Von Mikaela wissen wir, dass er uns quasi in den DLC hineinführt. Mesmer wurde uns bisher so als Antagonist vorgestellt. Jetzt wird hier auch von Tyrannei gesprochen. Und damit haben wir ja zwei Einordnungen. Wir haben Mikaela, der Gütige und Mesmer, der Tyrann. Das könnte aber ein Trick sein von From Software, dass wir denken sollen, Mikaela ist der Gute und Mesmer ist der Böse. Und es kann sogar sein, dass beide ein und die gleiche Person sind. Das ist das, was ich mir nämlich denke. Oder das wäre zumindest meine Theorie, dass Mikaela und Mesmer die gleiche Person sind. Denn Mikaela gibt ja alles auf, um in die Schattenlande zu gehen. Und vielleicht wird er dann da zu Mesmer, um diese Säuberung durchzuführen gegen etwas, was er für unrein hält, was er für böse hält. Und passend zu meiner Mesmer-Mikaela-Theorie, und das ist mir bei der Videoaufnahme gar nicht aufgefallen. Auf Deutsch steht dort in den Untertiteln Gnade. Im Englischen sagt sie Grace, weil er eine Säuberung ohne Gnade durchgeführt hat. Da wäre aber Mercy meiner Meinung nach das passendere Wort. Wenn ich etwas ohne Gnade mache, dann zeige ich keine Gnade, also I show no mercy. Hier wird aber wirklich von Grace gesprochen, also der göttlichen Gnade. Vielleicht müssen wir den Kontext ein bisschen umdrehen. Und zwar ist hier eine Säuberung durchgeführt worden von jemandem, der keine Gnade mehr hatte. Also keine göttliche Gnade, der keine Gnade mehr besaß. Und wer besitzt ebenfalls keine Gnade, weil er sich von seiner Gnade losgelöst hat, um ins Land of Shadow zu kommen? Richtig, Mikaela. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Mesmer und Mikaela eine und dieselbe Person sind. Und ihn kennen wir als Bossgegner, beziehungsweise haben wir als Bossgegner auf dem Schirm. Er wurde auch schon im letzten Trailer gezeigt. Und man geht zumindest davon aus, dass dieser Gegner mindestens ein Fieldboss wird. Also ein Boss in der Open World wird. Und er greift Mesmer an. Das sehen wir nämlich hier. Er greift Mesmer an und Mesmer muss sein Feuer zünden. Mesmer wird von vielen als der Endboss des DLC gehandelt. Ich habe dazu aber gelesen und ich finde das eigentlich ganz richtig. Es ist super untypisch für From Software, in einem Trailer schon einen Endboss zu enthüllen. Wenn wir uns den Trailer von Elden Ring mal als Beispiel nehmen, da hatten wir ganz viel Godric mit drin. Wir hatten ganz viel Radar, wir hatten Malenia. Alle drei sind keine Endbosse. Also klar sind Gebiets-Endbosse, aber nicht Story-Endboss von Elden Ring. Denn das war ja Radagon und die Elden-Bestie. Wir sehen hier aber Mesmer in einer Verbindung von Blut und Feuer. Wenn ich das hier richtig sehe, kann das so eine Verbindung aus Blut und Feuer sein. Und das erinnert mich wieder an die Formless Mother, also die formlose Mutter. Und damit wiederum an den Bloodstar, dem Blutstern. Und das könnte ja auch so ein bisschen die Frage klären, warum brauchte Moog unbedingt Mikaela für das Ritual. Vielleicht steht Mikaela in der Verbindung mit der formlosen Mutter und Bloodstar, also der kosmischen Entität Blutstern. Und das könnte ja so ein bisschen was damit zu tun haben, dass es so zwei Weltordnungen gab. Es gab auf der einen Seite Blutstern in dieser Schattenwelt und dann gab es oder gibt es dann ja später mit der goldenen Ordnung Greater Will, eine andere kosmische Entität, in den Zwischenlanden. Also super spannend. Alleine das, glaube ich, ist für mich eine ganz krasse Theorie. Mesmer und Mikaela sind eine und die gleiche Person. Ganz kurz, ich habe keine anderen Videos zu diesem Trailer gesehen. Also ich weiß nicht, was die anderen Content Creator dazu sagen. Also falls es da andere Erkenntnisse gibt oder Leute, die gleiche Erkenntnis haben, das sind jetzt echt die Gedanken, die ich mir so gemacht habe. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Genau, wir sehen hier auch wieder, das sieht so ein bisschen aus wie dieses Zepter von Moog. Also ich finde, Moog ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Charakter. Alleine, weil wir müssen ja Moog besiegt haben, um überhaupt in den DLC zu kommen. Also ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, wie wichtig Moog für das Ganze ist. Und dann zeige ich euch noch was, denn ich habe vorhin noch was bei Reddit gefunden. Das fand ich super spannend. Und zwar hat Bandai Namco dieses Bild geteilt. Da sehen wir wieder Mesmer. Und wir lesen dort, Marikas Golden Order was birthed from Shadow. Und das ist eine ziemlich krasse Info. Mesmers Flame purged the lands, das haben wir jetzt gerade gesehen. Mikkela would abandon Grace in pursuit of something greater. Und das könnte ja sein, dass Mikkela hat quasi die Gnade abgelegt, um Mesmer zu werden, um die Säuberung durchzuführen. Will you walk with him, wirst du ihm folgen. Das werden wir natürlich in den DLC. Der erste Satz, den halte ich für sehr relevant. Marikas Golden Order was birthed from Shadow. Also wir haben ja Marika gesehen, wie sie in dieser grotesken Horrorwelt am Anfang stand. Ich zeige euch das nochmal. Wir haben ja Marika hier so in dieser krassen Horrorwelt hier so stehen sehen. Ich gucke, kann man mal ein besseres Bild nochmal kriegen. Genau, also wir haben hier Marika. Da steht sie hier so rum. Wir sehen ja, das ist Shadow. Das ist dieses, ja, groteske Horror-Szenario. Dahinter sehen wir sozusagen die Golden Order. Sehen wir die Welt der Golden Order. Und das hier, weil wir auch überall Kadaver und Blut haben, das könnte die Welt sein. Oder eine Welt sein. Oder so eine Upside-Down-World wie bei Stranger Things könnte es sein. Und hier sozusagen ist nicht Greater Will die Entität, die ihre Finger mit im Spiel hat, ihre kosmischen Finger. Hier ist es der Blutstern, also Bloodstar. Also das ist super krass. Aber Marika kam von hier. Marika steht auf dieser Seite, nicht auf der anderen Seite. Und deswegen ist dieser Satz, dass die Goldene Ordnung ist im Schatten geboren oder ist aus dem Schatten geboren, könnte bedeuten, dass Marika kommt von hier und ging dann über in die andere Welt und ging dann über zum Greater Will. Und wie gesagt, ich habe eine ganz starke Vermutung, dass Mesma und Mikaela sind ein und dieselbe Person. Ja, dann sehen wir hier nochmal, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, genau, der gütige Mikaela ließ alles zurück. Genau, und hier sehen wir jetzt überall diese, sieht so ein bisschen aus wie Fragmente des Elden Ring. Und dazu ist sich die Community ziemlich einig, dass es sich hierbei um die Ressource handelt, die wir brauchen, um mächtiger zu werden im DLC. Denn From Software hat ja schon bestätigt, dass es ein System ähnlich wie bei Sekiro geben wird. Also bei Sekiro war es so, wenn wir Bosse besiegt haben, sind wir stärker geworden. Und wenn wir diese Perlen gefunden haben, haben wir mehr Lebenspunkte bekommen. Und From Software hat bestätigt, dass es ein ähnliches System im DLC geben wird, dass wir stärker werden durch eine neue Ressource, je länger und weiter wir den DLC spielen. Dass die Player Power, die wir aus dem Grundspiel haben im DLC, nicht mehr ganz so mächtig ist und wir erst diese neue Ressource sammeln müssen. Und das könnten sozusagen diese Hinterlassenschaften von Mikaela sein. Sieht so ein bisschen aus wie diese Mikaela Blumen, die man als Ressource im Grundspiel findet. Also dieses Bild sieht einfach so aus. Genau, wir werden Mikaela folgen. Ich glaube, hierbei handelt es sich einfach um eine Spielergruppe, oder? Also auf den ersten Blick erkenne ich hier niemanden wieder. Ich glaube, das kann einfach eine Spielergruppe sein. Das würde ja auch von der Personenanzahl passen, sechs Personen. Das ist ja eine Spielergruppe in Elden Ring. Also vielleicht ist das hier so. Ich habe aber noch was Spannendes gelesen bei Fextra Live. Und zwar steht hier, Das würde natürlich bedeuten, dass Mikaela dort angekommen ist, nachdem die Schattenlande oder das Schattenland oder die Schattenwelt gesäubert wurden. Das kann aber auch ein bisschen trickreich geschrieben sein, dass man heute das Land of Shadow, also diese Schattenlande, Schattenwelt, whatever, als einen Ort kennt, den man lieber vergessen möchte und der ja auch gesäubert wurde. Und dass Mikaela damals da hingegangen ist, dass er alles zurückgelassen hat, um dort diese Säuberung durchzuführen als Mesmer. Also ich glaube irgendwie an meine Theorie, dass Mesmer und Mikaela ein und dieselbe Person sind. Das muss aber auch nicht sein. Es gibt auch sehr viele Theorien, dass Mesmer ein weiteres Kind von Marika ist. Und das würde ja zumindest zu From Software passen. Denn Lord Gwynn hatte ja dann in den Dark Souls 3 DLCs auch plötzlich noch mindestens eine neue Tochter gehabt. Also hatte auch weitere Kinder dann in Dark Souls 3 mit dazu bekommen und das Mesmer im Land des Schattens, im Schattenland zurückblieb, um dann dort diese Säuberung durchzuführen. Warum Mikaela sich dann animiert fühlt, da hinzugehen, das würde sich daraus nicht erklären. Also die für mich naheliegendste Erklärung wäre, dass die beiden die gleiche Person sind und dass die Version von Mikaela, die in diese Schattenlande gereist ist, mit der formlosen Mutter in Kontakt war und damit auch mit dem Blutstern. Genauso wie vielleicht einst Marika, bevor sie den Blutstern zurückließ und sich erstmal vorübergehend, muss man ja sagen, dem Greater Will untergeordnet hat. Und ja, das ist zumindest so meine Theorie. Also ihr seht, wir quatschen hier super lange. Dieser Trailer hat so viel zu bieten. Bei dieser Gruppe hier zum Schluss denke ich, wie gesagt, dass das eine Spielergruppe ist. Das sind sechs Figuren. Das sieht für mich wie eine Spielergruppe aus. Und es wird ja auch nochmal gesagt, dass wir Mikaela folgen werden. Also würde das ja auch passen, dass wir sozusagen die Spieler sind, die jetzt auf den Pfaden von Mikaela ins Schattenland reisen, um dann dort ein Abenteuer zu erleben. Wie gesagt, viel mehr gibt es hier nicht. Genau, jetzt sehen wir hier nochmal Mesmer auf seinen Thron. Wir lesen nochmal, wann der DLC erscheint. Gibt nochmal einen Hinweis. Aber lasst uns nochmal über Mesmer ganz kurz sprechen. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwo besprochen wurde. Und zwar die beiden Schlangen, die quasi die ganze Zeit um Mesmer herumschlängeln. Oder vielleicht auch Teil seines Körpers sind, diese beiden Schlangen. Denn bei Feuer und Gelmir und einer Stadt, die gesäubert wurde, da denke ich natürlich auch ganz viel an Raikard. Und die Schlange, die quasi Raikard aufgegessen oder sich mit ihm verbunden oder ihn aufgenommen hat. Ihr wisst, was ich meine. Mit ihr eine unheilige Verbindung eingegangen ist. Also vielleicht ist das hier quasi diese versteckte Stadt, die wir hinter dem Haus Vulkan haben. Könnte ein bisschen zu klein dafür sein. Ist alles nicht ganz sicher. Schreibt, wie gesagt, gerne eure Theorie. Ich glaube nicht, dass das hier Leyendaele ist. Glaube ich nicht. Genau. Ja, eigentlich alles dann so weit mal durchgegangen. Eine Sache, da überlege ich die ganze Zeit. Wir sehen mich hier nochmal. Ist das der echte Earthtree oder ist das Mikkelas Halligbaum? Es könnte auch Mikkelas Halligbaum sein. Mit diesem goldenen Harz. Dann wäre wiederum diese Stadt, die wir da sehen. Dann wäre das diese Stadt am Fuße des Halligbaums. Was natürlich passen würde. Dadurch, dass Mikkelas ja so eine wichtige Figur ist, wäre das sozusagen die Stadt am Fuße des Halligbaums. Da zumindest einige Teile davon bereisen wir ja. Könnte natürlich auch sein. Also da ist echt eine Menge potenzielle Story drin. Also es gibt glaube ich einige Möglichkeiten, die ich hier sehen würde, wo wir uns hier befinden. Und was das Ganze ist. Und eine Theorie wäre ja, dass das hier so eine Upside-Down-mäßige Welt ist, wie aus Stranger Things. Also quasi, es gibt die Lichtwelt. Das ist die Welt des Greater Will. Das sind die Zwischenlande. Und dann gibt es dieses... Und dann gibt es das Land of Shadow. Das Gegenteil. Upside-Down. Sieht alles ein bisschen so aus wie in einer anderen Welt. Nur deutlich düsterer, abschreckender. Überall Blut, Kadaver. Diese Horror-Atmosphäre. Das würde ja auch ziemlich gut passen. So ihr lieben Freunde. Ja, das war meine erste Trailer-Analyse. Ich habe mir echt sehr viele Gedanken gemacht. Und bin sehr gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Wie es euch gefällt. Und ob ich auch von meinen Gedanken her in eine richtige Richtung gegangen bin. Oder ob es am Ende alles Quatsch ist, den ich hier erzähle. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch auf den DLC. In einem Monat erscheint er ja. Und dann wird es natürlich auch eine Menge Videos zu geben. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr euch auch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bebe, euer Hiyuga.